Okay Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge Clash Royale und heute, ja, Kriegsangriff haben wir eigentlich schon gemacht, oder? Ja, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Hier haben wir auch eigentlich alles erledigt. Hier gibt es noch eine Duotown, äh, Duotouchdown meine ich, Herausforderung. Die kann ich aber gerade auch noch nicht machen, die beginnt erst gleich, oder morgen. Und, ja, das ist aber eh dann auch nicht so Casual Play, sondern so eine Challenge wieder mit neuen Siegen und so. Und, ja, keine Ahnung, ob ich da teilnehme. Letztens gab es auch eine Challenge wieder, aber die habe ich nicht mit aufgenommen, weil ich will nicht jede Challenge mit aufnehmen, irgendwie. Ich habe mir jetzt einfach gedacht, okay, warte ich nur ein paar Tage mit der Folge und mache jetzt einfach einen normalen Kampf, denke ich mal. Ich werde aber heute meinen zweiten Account tatsächlich mal wieder zeigen, ne? Habe ich ja länger nicht und, ja, werde ich dann mal ein Update geben, wie weit der zurzeit ist. Und, ja, ist vielleicht ganz interessant. Ansonsten starte ich dann jetzt hier mal mit ein paar Sachen. Stimmt, und ich könnte euch auch mal wieder COC und so zeigen, also, ja, Clash of Clans und Boom Beach und, äh, vielleicht, keine Ahnung, was es noch gibt. Äh, MySpace, ne, keine Ahnung. Ähm, ja, also, ein bisschen kann ich ja mal euch jetzt noch zeigen in den nächsten Folgen. Mal schauen. Alter, als ob der jetzt hier den Turm einreißt, ich glaube es nicht. Was ist los? Der hat das mit einer Scheiße da keinen Rote geschafft. So ein Scheiß, ey. Ich hatte nichts dagegen. Ähm, das ist schon wieder Scheiße hier. Ja, es geht wieder los, wie die letzte Folge aufgehört hatte. Es ist nicht mehr normal. So. Jedenfalls, ähm, haben wir ja noch ein paar Accounts und so, die kann ich euch zeigen. Ich könnte auch mal einen zweiten Account eigentlich erstellen für Clash of Clans und dann könnte ich euch den auch noch zeigen. Chh. Mal sehen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich das ja immer mal gerne hier in Clash Royale zwischendurch zumindest, dass ich dann mal den Account so zeige, ne. Und so ein bisschen den aktuellen Stand dann immer, äh, rüberbringe. Von COC und so. Und Boom Beach, ja, habe ich jetzt eigentlich echt lange nicht gemacht, ne. Sollte man mal wieder machen. Aber in Boom Beach hat sich, glaube ich, auch eh nicht so viel getan. Vielleicht ist es auch gar nicht so spannend. Ähm, dann eher noch der zweite Account von CR. Ja, und. Ich muss jetzt hier mal gucken, das wird nichts mehr. Das kannst du vergessen. Ich komme nicht an den scheiß Turm ran. Das, äh, ist schon lange vorbei, das Match. Hätte ich eigentlich, ich finde es manchmal scheiße, dass man nicht einfach kapitulieren kann. Dann hat er drei Kronen, ja. Das wäre eigentlich das Beste manchmal. Weil, das hätte ich schon wieder längst gerne gemacht, ja. Aber, das, äh, ja, regt mich nämlich sonst hier auf. Aber wie soll ich denn das jetzt noch schaffen? Er liegt so weit vorne mit seinem scheiß Turm hier. Ja, jetzt hat er wahrscheinlich, ja, er hat immer was. Ey, weißt du? Das sind immer die Leute, die haben immer irgendwas dagegen. Und, ja, da kann man immer nichts machen einfach. Die ganze Zeit. Und man hat keine Chance. Das ist so schlimm. Ja, ich habe jetzt nur noch 300 HP hier an dem Turm. Und was soll ich denn da noch machen? 40 Sekunden Zeit noch, das wird doch nichts. Das kann nichts werden. Ja. Ich muss jetzt hier, äh, mit der Lakaienhorte nochmal irgendwas probieren oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, jedenfalls geht das so hier nicht weiter. Ja, toll. Jetzt kommt hier wieder so ein scheiß Tunnelgräber, weißt du? Er kommt die ganze Zeit nur mit Tunnelgräber. Und ist aus dem Schneider, ey. Das ist nicht mehr normal. So. Ja, ich wusste jetzt, dass er wieder mit Lakaien kommt. Aber nicht mit mir, ey. Geil. So. Ähm. Ja, jetzt ist die Frage, wie kann ich ihm noch Schaden am Turm zufügen? Keine Ahnung, ob ich das noch schaffe. Er schafft es eher bei mir. Ja, geil. Er schafft es einfach eher. Ey, so eine Scheiße hier, ja. So eine Scheiße. Ganz ehrlich, ja. Das kotzt mich an. Das war so knapp jetzt doch noch. Ich wusste nicht, was ich jetzt machen soll. Was mache ich hier? Nochmal kämpfen. Los jetzt. Kann nicht wahr sein. Mein Gott, ey. Mann, ich würde jetzt gern wieder aus Wut irgendwas setzen hier. Hauptsache schnell, weißt du? Ich bin immer so ungeduldig. Ey, das kotzt mich an. Ey, so im Match, das kann ich nicht gebrauchen. Ganz ehrlich. So. Weg mit dem. Ich mache jetzt hier erstmal, ich warte bis das voll ist hier. Ey, die Kobold Gang ist auch viel zu OP, wenn du nicht Deaths gett. Die ist so stark einfach nur. Das ist mir auch schon mal aufgefallen in der Folge. Das ist einfach nur schlimm. Ich hoffe, er hat nicht wieder ein Hüttendeck oder so. Ne, sieht aber nicht so aus. Letztens hatte ich wieder ein Hüttendeck. Das war wieder so ekelhaft. Ja, und die ganze Zeit haben sie immer Skelettarmee drin, ja. Es gibt keinen ohne Skelettarmee. Ja, toll. Und er hat auch mal was gegen Skelettarmee. Das ist einfach nur schlimm. Bei so vielen Leuten. So, weg mit dem. Aber schnell jetzt. Ja, ich weiß schon wieder nicht. Ich habe schon wieder kein Elixier mehr. Das kannst du schon wieder vergessen, das Spiel hier. Das wird nichts. Thunderbolt. Ja, keine Ahnung. Das kann doch nichts werden. Na toll. Komm, schnell hier gegen die Feuergäste was machen. Irgendwas setzen, damit die abgelenkt sind, ne. So, jetzt macht er wieder die gleiche Scheiße, weißt du. Machen immer die gleiche Taktik und gewinnen dann. Das ist nicht mehr normal, ey. Alter, 200? Ich glaube das nicht. Was sind das für OP-Leute hier? Das kann doch nicht wahr sein. Ey, vorhin hatte ich fast gewonnen, ja. Und jetzt passiert einfach nichts mehr hier. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, was ist hier los? Der hat immer was gegen, weißt du. Der hat immer was dagegen. Das kann nicht wahr sein. Los, jetzt mach hier. Lad diese scheiß Elixierleiste auf, ey. Ich kotze gleich. Ja. Das ist doch nicht mehr normal. Jetzt mach diese scheiß Feuergeister weg, ey. Das ist doch nicht mehr... Ey, das ist doch nicht mehr normal. Was geht hier ab, ey? Los, flieg schneller, damit ich mit dem Feuerball noch das Ding treffe. Trifft er jetzt den Elektromagier wenigstens? Ne. Nur ein Turm. Gerade noch so. Ey, das ist doch nicht mehr normal, ey. Das ist doch... Ey, was... Mir fällt nichts mehr ein. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Was soll denn das jetzt mit dem scheiß Feuerball, ey? Der hat immer was. Der hat immer eine Antwort. Immer. Der hat nur Antworten. Was anderes hat der nicht. Es passt einfach immer bei ihm. Ey, es ist doch nicht mehr normal. Es passt immer bei ihm. Das ist doch nicht mehr normal. Was hat der für ein Deck? Ey. Jetzt hat er wieder Skelettarmee oder Elektro. Der hat immer was. Der hat immer was. Das ist nicht mehr normal. Jetzt hat er wieder Skelettarmee. Ey, solche Leute, die kotzen mich an. Okay. Da öffne ich mal hier die Truhe. Ich hab schon wieder keinen Bock mehr, ey. Das ist nicht mehr normal. So. Was gibt's hier? Eisentruhe umsonst. Okay. Nicht schlecht. Ist halt nur... ...n Low-Level-Account, ne? Level 6. Okay, das geht noch. Ne, warte mal. Wo ist ein Level? Wo steht denn das Level? Ach, hier oben. Genau. Bei mir ist da die Fraps-Zeit rüber. Ähm. Ja. Das erst mal aufmachen. Dann hier die Karten mal holen. Schweinereiter. Hier super Magie-Truhe. Daut auch ewig die voll zu kriegen. Ah, Duokämpfe soll ich gewinnen. Dann kann ich ja eigentlich mal einen machen. Obwohl ich hier eigentlich auch lieber normale Kämpfe machen möchte. Ja, ähm. Das ist schon wieder hier alles scheiße irgendwie. Ja, ich hab hier das Deck. Ist eigentlich auch so ähnlich wie auf meinem Haupt-Account. Ähm. Ich hab natürlich ja nicht alle Karten wie dort. Und ja, hier. Was ist das hier? Schmierende neue Karte. Ab Arena 9. Kann ich also auf meinem anderen Account auch kriegen. Okay, ich geh mal kurz rein in den Kampf, ne? Und dann schau ich mir das an. Ähm. Ja. Mal sehen. Hier, Pekka. Eigentlich mit dem Deck ging's in letzter Zeit, ne? Ich bin halt Arena 4. Ich versuche hier Arena 5 zu kommen. Endlich mal. Ja. Ist halt nur mein zweiter Account. Da bin ich nicht so gut. Aber ich hoffe, dass ich halt mal irgendwann besser werd. Das wär mal schön, ne? Wenn das mal funktioniert irgendwie. Und ja, wieso mach ich Pfeile auf den, ey? Das bringt doch eh nix. Hätte ich lieber mal hier Pfeile gemacht. Hätte mehr gebracht, falls er eine Skelett-Armee setzt oder so, ne? Damit die dann weg sind. Und ja. So. Jetzt hat der Prinz da wenigstens mal Schaden gekriegt. So. Ein paar Sperrkobol. Der zog ich mir erstmal die Skelett-Armee gleich. Ne? Damit ich hier ablenken kann. Den Typen. Und ja. Mit den Lakaien kann er auch nicht viel machen, ne? Der Pekka ist schon weg. Und wir haben den Turm. Also hier sind die Matches teilweise echt noch viel, viel einfacher. Ja. Weil die Gegner noch nicht so erfahren sind einfach. Und ja. Das kann man schon mal machen, ne? Würde ich sagen. Aber. Ja. Keine Ahnung. Hier verliere ich halt auch oft. Ist halt auch scheiße, ne? Ich komme nicht richtig voran in letzter Zeit. Ich hänge immer auf den 1300 rum. Äh. Ich habe jetzt erst mein Deck geändert. Letztens hatte ich noch ein anderes. Mit dem ging es dann aber irgendwie auch nicht mehr. Und ja. Ich muss mal schauen, dass ich hier irgendwas noch hinkriege, ne? Ich lasse die ganze Zeit die Pfeile hier aktiviert, ne? Muss ich mal schauen. Hat aber eh nichts gebracht. Ja. Mein Pekka ist aber schon Level 2. Okay. Ja. Mal sehen. Ich mache mal hier die Skelettermilklaube kurz mit den Kobalten. Ich habe wieder die gleiche Rotation wie vorhin, ne? Dass ich jetzt hier die Skelettermilk kriege nach den Kobalten. Und ja. Das ist irgendwie. Irgendwie wiederholt sich das immer, ne? Keine Ahnung. Ist, äh, schon auffällig. Und ja. Der hat gar keine Pfeile, oder was? Wisst ihr? Der hat wenigstens mal keine Antwort. Nicht wie der vorhin, ey. Der Kampf hier, der ist schon wieder richtig gut gerade. Ja. Der regt mich nicht so auf. Aber der andere vorhin, das ging ja gar nicht, ey. Das war einfach nur Scheiße. So. Aber der ist auch schon wieder am Aufholen, ne? Das regt einen eigentlich auch auf. Aber, naja. Egal. Ja. Ich kann ja auch nicht wieder viel machen, ne? Ah ja. Hexe ist aber weg. Okay, gut. Dann ein paar Sperrkuppe heute noch. Ein bisschen zur Ablenkung. Und dann gucken wir mal hier, ne? Ich erinnere mich gerade auch so ein bisschen an 2012. Irgendwie kam gerade der Gedanke in mir hoch wieder. Das war wieder wie früher. Vielleicht habe ich so ein Schlüsselwort gesagt oder so. Ne? Das mich dann an früher erinnert. Das kann schon sein. Ja. Keine Ahnung. Ja. So. Erstmal hier Skelette weg. Sehr gut. Pfeile gut kalkuliert. Sag ich mal. Und dann alles mit einmal weg. Ja. Dann würde ich sagen. Ne. Warte mal. Was Miete zahlt? Ach egal. So. Ich mache mal hier aus, ne? Und ich würde sagen, wir können eigentlich die Folge an der Stelle beenden. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sorry, dass ich seit dem Verlust vorhin so niedergeschlagen war. Aber es war halt echt scheiße einfach nur. Und ja, irgendwie hatte ich dann keinen Bock mehr. Aber ich habe die Folge durchgezogen, ne? Würde ich sagen. Dafür ein Like da lassen. Und ich hoffe, dass ich mich demnächst mal wieder hochspielen kann in beiden Accounts. Vor allem in meinem Hauptaccount, weil das kotzt mich an, dass ich generell da immer der Letzte auch im Clan bin und so. Weißt du, egal. Vor zwei Monaten war ich mit 2800 der Letzte im Clan. Da hatten andere aber noch viele 2900 und 3000. Jetzt haben sie alle 3100 und 3200 und ich habe 3000. Es ist immer so, ich hänge immer hinterher. Und ich kriege irgendwie keinen Anschluss dort. Das kotzt mich an. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.